hallo und herzlich willkommen bei meine kraft auf den server von hypixel und wir spielen mörder mystery ich bin dann ist das ziemlich easy dann brauche ich nur den dass ich hier gold einsammeln wirklich schnell und mich nicht töten lasse gucken aber geht es hier noch ein weiter nein was ist das Ich bin tot! Oh, sehe ich noch nicht. Spannend. Ah, Mist, ich bin auch tot. Scheiße. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Okay. Ich bin tot. Wir treten. Eine Runde machen wir noch. Und los geht's. Achso. Wir müssen warten. Innozent. Guck mal nicht durch. Wenn du willst, Mörder ist nicht erlaubt. Was? Mhm. Mhm. Da war jemand gestorben. Mhm. Ich kann eine Waffe gebrauchen. Aber ich finde ich nicht genug Gold, um erst eine Waffe zu kriegen. Ohne wie 10 Gold in so einem Kriegen, um eine Waffe sich herrschen zu tun. Wirst du den Schalter gut eigentlich? Ich mach's mal einfach. Knöpfe drücken, finde ich toll. Was? Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich hab ein bisschen Knöpfe gespielt. Oh, Spektäter. Welche Sau hat mich getötet? Spektaten hier mal hier. Wo ist denn der? Hm? Achso. Ist das so ein Waffe? Ist das so ein Waffe? Hm? Das ist gut. Alles klar. Oh, Mensch. Ist doch ein bisschen langweilig ist gerade. Alexa, erzähl mal ein Witz. Hm? Kannst du hier? Ich hab dir das auch mit. Ich sitze an der Tankstelle zum Tankwart. Ich hätte gerne zwei neue Scheiben geschafft für meine Tabi. Darauf der Tankwart. Einverstanden? Klingt nach einem fairen Tausch. Okay. Naja. Alexa, erzähl mal noch ein Witz. Wer zockt dich beim Kartenspielen so richtig ab? Pocahontas. Okay. So, das war's. Die Runde ist geschafft. Neue Runde. Alles klar. Ich finde das nur mäßig spannend. Aber ich meine... Naja. Ich bin jetzt gerade im Moment eher so auf den Sims-Trip. Also meine Kraft ist mir jetzt gerade nicht so. Ich bin innocent. Nicht so gerade mein Ding gerade. Ich hab jetzt keine Lust zu gerade. Deswegen gibt es auch so wenig neue Folgen zu meiner Kraft. Das ist jetzt mal eben so Ausnahmefolgen. Ja, ich bin DJ. Komm, ich mach Musik hier. Musik machen hier. Da kann man auch keine Musik hören. Wie doof. Na ja, der nicht. Wer bist du? Na, war auch ein Innozent. Da steht er da rum. Da war noch mehr Gold. Noch mehr. Mehr Gold. Noch mehr. Mehr Gold. Ich brauche noch mehr Gold. Wo gibt's denn Gold? Ich brauche Gold. Wo gibt's denn Gold? Hier haben wir Gold. Da. Da werden wir mal vier. Ah, das Schwein. Der michere Spektator. Wer war denn das? Er ist schon ein bisschen tot. Mann. Regenwetter. Ja. Das ist ein bisschen Bange. Der michere Spektator. Komisch. Das kommt jetzt. Also starten die Runde gleich. Okay. Dann machen wir noch einmal mit. Da habe ich auch genug wieder. Und für zwei Wochen vorproduziert. Aber ich habe so viele Wochen in Vorproduktion. Ganz viele Sims-Folgen, die noch kommen werden. Gut, wenn ihr diese Folge seht, habt ihr schon ziemlich viel. Ey, der Lump. War das hier in meinem Bengel hier gerade? Nee, das war nicht ein anderes. Ah. Der mit dem X auf dem Rücken ist der Mörder. Das bist du, ne? Bist du es doch? Ja, weg ist er. Hier. Hä? Da ist er. Da haben wir ja mit dem Auge. Wir haben mit dem Auge. Wir sehen alles. Und jetzt haben wir keine Opfer mehr. Doch. Ah, da sind schon zwei Opfer von denen. Noch ein Sack. Na? Was? Wer hat den ja getötet? Hat er den Schwerk geworfen? Wie macht er das? Ja, die sind unsichtbar, ne? Das sind Spectator. Das sind Spectators. Das ist, glaube ich, hier. Wir haben einen Kompass rumwandern. Ja, das hat auch noch einen Bogen. Das ist ein Mörder. Krass. Zack. Die Zeit hat er noch. Zwei Minuten. Zack. Ja, hat er auch flat gemacht. Na. Kriegt er es noch hin? Er hat jetzt noch. Die Zeit ist doch aufgelaufen, oder? Ich glaube, er schafft das nicht. Alles zu töten. Aber die Map ist auch sehr groß. Hier alle zu finden, ist auch fast unmöglich. Oh nein, da ist er. Ja, ein bisschen fliegen geht schneller. Fliegt er sich da rein? Warum? Ist doch gar keiner da. Wo sind die anderen denn? Dann findet er noch einen. Die Zeit ist doch schon um, ne? Aber hier geht er runter nicht zu Ende. Hier ist der Schlamm gewonnen. Da ist noch einer, den wir sehen. Wo ist er lang? Jetzt hat er mir aus den Augen verloren. Da ist er. Jetzt geht es jetzt. Da ist die Sekunde noch. Die Sekunde hat er noch Zeit. Da ist einer weggelaufen. Wo ist er denn? Na, wo ist er jetzt? Die Sekunde müsste oben sein jetzt. The murderer can now find server... server was easily watch now. Hä? Wo ist denn der Mörder? Ah, hier haben wir eine Eisenbahn, ne? Sieht auch geil aus. Das ist so, wenn man von Weitem sieht das. Da kann man das erst so richtig erkennen, was das hier eigentlich ist. Das ist hier so ein Bahnhof. Krass. Trotzdem, wenn man von einem Mörder wurde erwischt, die Zeit ist abgelaufen. Hm. Wo warst du? So. Okay. So. Machen wir nochmal fünf Minuten, glaube ich. Dann haben wir fünf Minuten voll. Alexa, ein Countdown von fünf Minuten. Fünf Minuten, ab jetzt. Sehr schön. Wunderbar. Dann habe ich das im Auge. Was bin ich denn eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was ich bin. Oh, viel für Gold sammeln. Hm. Ja, du Schwein. Du bist wohl böse. 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 Achso. Gefällig, hier so rumzustehen. Böse. Kommt da irgendwie hoch? Das sieht jetzt aus wie eine Leiter. Ne. Das ist nur Schraubdeko. Boxy, 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 in die Fresse, in my ne fall, in your face, so. ich brauche noch ein bisschen ist er tot? ja, ist er tot, hat zu lange rum getrödelt ist er beschuld ist er tot, hat er getötet hat er getötet, hat er getötet hat er getötet tragisch, so, da ist er gerade hoch hoch ok hier ist ein transport ja, gewonnen siehst du wohl hey, das ging ja schnell jetzt haben wir ein schönes Bild ja, schönes Bild ich frage, ob man solche Sachen überhaupt noch zeigen darf wenn dann später diese neue EU-Richtlinie wegen ähm, ja ne Überrechtsschutz und sowas hast du nicht gesehen Bilder von anderen Personen online stellt wäre ja in Online-Stellen hier so müsste man erst die Erlaubnis einfordern das geht praktisch gleich hm das geht falsch, wie kann es nicht irgendwie hier jeder Kleinigkeit äh, Fragen gehen dann ist der Aufwand zu groß da irgendwie ein Video hinzukriegen na so, hab ich bin hier, haha da ist schon Toter ich brauche Waffen ich habe irgendwo Waffen hier Waffen ich habe noch nicht genug ach, hier haben wir gesammelt mal andere oh ok so ich habe noch nicht genug ich habe noch keine Waffen oh, ich fass mich, muss hier weg hier kann ich laufen, hopp, lauf mal schnell ok Scheiße, ich habe mich doch noch erwischt sondern haha Schmerzbild ja äh wir bleiben bei Spectator jetzt weiß ich nicht mehr wer waren wir da jetzt naja, wir haben trotzdem gewonnen die Runde alles klar ok, das reicht dann noch für heute, ne ähm ja, ich habe genug getan in 20 Sekunden ist das so zu Ende, also ja dann gibt es da eine neue Folge alles doch Innozenz wäre das aber leider demnächst Tschüss